hey leute und willkommen zu einem weiteren dragon ball legends video heute mit einer tierlist ja die andere ist noch nicht so lange her dass du dass wir darüber geredet haben welche kämpfer sind derzeit am stärksten im spiel am meisten gespielt warum das ganze was ist gerade meta bedeutet eben was spielen gerade die meisten weil es am stärksten ist es hat sich viel geändert es ist krass man muss sagen die ganze liste hier auf gamepress wurde geändert weil ja so viel neues dazu kam dass einige teams dadurch ziemlich schlecht wurden andere teams dadurch ziemlich op wieder wurden es ist wunderschön zu sehen dass in legends sich in den ganzen jahren die wir es schon spielen ständig was ändert es wäre ziemlich langweilig wenn seit spielbeginn bis jetzt gewisse einheiten gewisse kämpfer immer gleich stark sind gleich stark wären wie auch immer es wäre langweilig zum glück haben wir ständig neue kämpfer und auch durch das senkai awakening durch den senkai boost durch die senkai erweckung wie auch immer du es nennen willst haben wir auch ständig neue änderungen weil plötzlich dann eine uralte karte ein uralter kämpfer extrem stark wird und dadurch auch ein team wieder extrem stark wird und sich dadurch etwas ändert es ist einfach geil es ist es ist einfach eine geile sache was legends da macht und wie einfach das funktioniert dass man eben durch den senkai boost oder durch einen einzigen neuen charakter das komplette spiel im pvp und pve also gegen andere spieler und gegen computer ziemlich ändern kann und ziemlich drehen kann wir sehen uns hier schon mal einen großen großen unterschied wir sind hier in tier 1 das ist das dritte tier ganz oben ist tier z das sind die besten kämpfer dann kommt tier s das sind die weiteren krassen kämpfer und dann kommt tier 1 die sind schon ein bisschen schlechter und was sehen wir da zum allerersten mal seit monaten dass mein geliebter super sergeant 2 song gohan hier hat abgefallen ist warum das ganze es gibt einfach jetzt stärkere einheiten es gibt einfach bessere einheiten ist noch lange nicht dass er jetzt irgendwie schlecht ist oder auch der vegeta hier das heißt nicht dass die jetzt irgendwie schlecht sind okay darüber sind nur eine handvoll andere kämpfer trotzdem hat sich einiges geändert und deswegen sind die hier abgestuft worden wie auch hier das super sergeant 3 letztens limited goku mit senkai ist hier der angry goku ist mit dabei goku ist abgestuft worden ultra shenlong war nie so krass unser schnauzbart bruder unser legends limited gogeta obwohl der sehr geil spielbar ist in einem der aktuell besten teams trotzdem die einzelnen kämpfer an sich gewertet sind hart abgestiegen aber auch abgestiegen in deren team wertungen heißt es nicht dass das super dass das hybrid saiyajin aka das halb saiyajin team jetzt nicht schlecht ist also es trotzdem noch immer eines der besten warum werdet ihr gleich sehen aber wie gesagt einige kämpfer wurden jetzt einfach abgelöst hier in tier 1 haben wir jetzt nichts krasses neues dabei außer dass die liste sich geändert hat und dass son gohan hart abgefallen ist aber je weiter wir nach oben gehen umso krasser wird es wir gehen jetzt hier mal in tier s das zweithöchste tier das heißt halt so auf englisch die zweithöchste liste die wir haben und da sehen wir schon etwas krasses neues durch das legends festival haben wir nämlich legends limited vegeto der ja uralt ist in seinem super saiyajin modus den gibt es schon gefühlt seit 12.000 jahren aber dadurch dass er jetzt neu sein senkai bekommen hat ist er extrem krass stark geworden und passt perfekt in die aktuelle meter wo sehr viele leute nur lila violette wie auch immer purple du es nennen willst charaktere spielen es gibt teams die spielen nur lila warum weil es geil ist und weil es funktioniert und weil du überhaupt keine angst haben musst vor grünen charakteren es funktioniert einfach es funktioniert einfach hart und es klatscht alle weg es ist einfach nur krass dass so ein uralter charakter jetzt halt perfekt zusammenpasst mit den neuen kämpfern und deshalb auch direkt in der tierliste nach oben geschossen ist aber ja wie schon gesagt was ihr hier seht bei tier s das jetzt noch immer hier der legends limited super saiyajin son gohan aus der zukunft mit dabei ist und auch der der legends limited super saiyajin der junge aus dem bojack film die beiden sind ja immer noch ganz ganz oben mit dabei mit dem anderen gohan also die gohans haben noch immer ein bisschen die weltherrschaft aber sie wurden ein bisschen abgelöst hier oben sehen auch mit dabei noch immer goku goku black und samazu aus dem legends limited wir sehen hier auch einen älteren samazu weil er sein kai erwecken bekommen hat auch darf deswegen viel viel stärker martin ob mega krass im gt team baradoc super im super saiyajin team und ja da gehört auch gut zusammen rein mit vegeto zum beispiel funktioniert perfekt auch wenn er fusionierte kämpfer derzeit meter ist wenn er weiter nach oben geht sehen wir jetzt oben hier zum beispiel schon dass wir jetzt in der z tierlist schon einen weiteren fusionierten kämpfer haben und zwar super saiyajin 4 gogeta es ist einfach krass wie gut der derzeit überall rein passt es passt perfekt zusammen mit super saiyajin blue goku und vegeta das tag team ne er passt nicht gut zusammen ich habe versprochen noch mal von vorne wir schneiden das nicht raus revit verspricht sich die ganze zeit er haut gut hart rein wollte ich sagen gegen die neuen lila teams wie zum beispiel super saiyajin blue vegeta und goku tag team aber wie soll ich sagen nicht nur dass das halt eben extrem stark ist gegen andere kämpfer sondern er passt auch wie schon gesagt ich glaube ich habe schon gesagt ich bin ein bisschen rausgekommen wie schon gesagt zu den super saiyajin ähm wo war ich jetzt ich fange neu an er passt perfekt ins fusionierte kämpfer team wo auch in legends limited senkaia vecta vegeto drin ist oh gott ey ich nehme das video heute viel zu früh am morgen auf entschuldige mich wenn ich mich zwischendurch verspreche es kommt aber hoffentlich das richtige dabei raus so oder so er passt bei haut perfekt hart rein gegen das aktuelle meta team aber auch wie ihr seht hier oben noch immer super saiyajin trunks ist mit dabei legends limited aus dem legends festival also auch er hier passt perfekt zusammen mit den gohans also weiterhin hybrid saiyajin team halb saiyajin team mega op aber halt jetzt auch dazugekommen fusionierte kämpfer gt super saiyajin und weiter nach oben gehen sehen wir direkt die zwei besten kämpfer derzeit im spiel letztes mal die liste angesehen haben war trunks und super saiyajin blue gogeta und goku die besten kämpfer jetzt wurden sie abgelöst durch den ultra super gogeta der allererste ultra charakter den man aus einem banner ziehen musste und der banner war nur ganz kurz da nein kannst ihn jetzt nicht mehr ziehen wir müssen warten bis er mal wieder kommt die chance ihn zu ziehen war sowieso mega gering genauso wie bei legends limited charakteren es ist einfach schwer sie zu ziehen seid nicht traurig wenn ihr ihn nicht habt ihr könnt weiterhin trotzdem krass euer sonnenfamilien team spielen euer hybrid saiyajin team euer super saiyajin team und so weiter und so weiter euer lila team wenn ihr nicht habt so wie ich dann habt ihr ihn halt einfach nicht und pech gehabt aber jetzt mal ernsthaft er ist einfach nur overpowered er ist so extrem stark im nahkampf wie ihr oben seht da klatscht einfach alles weg vor allem im fusionierten kämpfer team haut das so hart rein oder eben auch in einem super saiyajin team nicht nur in einem fusionierten kämpfer team auch im super saiyajin team knallen die richtig hart rein aber es ist aktuell so lila team meta wenn wir hier sehen beim saiyajin team seht ihr hier lila hat senkai erweckt da legends limited vegeto das neue tag team vegeta super saiyajin 3 goku ja auch der alte auf der bank sitzende mit dem spielt man nicht wie geht hat senkai erweckt unser maus senkai erweckt also ihr könnt ein komplettes lila saiyajin team spielen was derzeit wie gesagt mega op ist auch wenn gogeta ein grün gut dagegen halten kann ist es möglich dass er trotzdem hat verliert gegen das aktuelle lila team der saiyajins oder son familie auch mega op ihr seht hier jetzt auch nicht so ein großer unterschied zum saiyajin team im saiyajin team seht ihr mit dabei auch noch gohan ihr seht dabei noch goten senkai erweckt und diese brody auf der ersatzbank oder was man auch spielen kann im aktuellen son familien team ist der legends limited son gohan der alte mega op das tag team der gohan senkai erweckt der goten brody und am ende ja wer glaubt es ja auch er ist mit dabei in extrem tau bei bei denn er ist mehr krass mit seiner z fähigkeit kann ja kurz mal zeigen was er eigentlich so macht wenn das ganze mal lädt hier egal wer das lädt das leider echt nicht nur ich wollte es euch zeigen wie stark also ach scheiße auf jeden fall ihr könnt ihr euch im spiel angucken ich denke jeder von euch hat extrem tau bei bei das team mega op die beiden im son familien team im saiyajin team auch mega op und deshalb auch natürlich die lila einheit hier ganz oben mit dabei was sagt uns das ganze nun entweder ihr spielt die neuen lila teams die mega stark sind ihr spielt euer lieblingsteam weil ihr eben euer lieblingsteam spielen wollt ihr müsst nicht das spielen was jeder spielt ihr spielt die hybrid saiyajin zu spüren 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 die kämpfer team und so weiter und denkt immer daran euer grüner super saiyajin 4 gogeta kann die generischen lila kämpfer manchmal sogar worden hinten mit seiner blauen fähigkeit also macht euch das zu nütze oder er spielt das team hier kann ich sehr empfehlen weil es eine lustige combo ist und du bist nicht darauf angewiesen gegen gelb grün und so weiter rein zu scheißen du kannst auch andere kämpfer hier nutzen ist eine geile sache also wie gesagt lasst euch nicht zu sehr beeinflussen von diesen listen aber ich wollte euch mal zeigen dass sich einiges geändert hat vor allem fusionierte kämpfer sind ja oft so fan lieblinge da könnt ihr auch übrigens den gelben gogeta mit dabei spielen auch mega stark wenn ihr gewisse kämpfer auf gewissen sternen habt denn nicht zu vergessen die meisten legends limited buffen erst ihr team auf sechs sterne also zum beispiel ich nenne jetzt einfach irgendein beispiel ein gogeta bufft erst ob es ab sechs sterne fusionierte kämpfer also ihr müsst da ein bisschen darauf achten bei den legends limited sind ein bisschen schwierig weil man sich auf so viele sternen braucht um sie im perfekten team spielen zu können heißt nicht dass es nicht trotzdem spielen können immer daran denken spielt das worauf ihr lust habt aber wenn jetzt wissen wollt was am stärksten ist wisst ihr jetzt auch fusionierte kämpfer lila team hybrid saiyajins ab geht die party eure meinung gerne zu aktuellen meter in die kommentare wie findet ihr es dass ein ultra charakter jetzt das stärkste im spiel ist dem man nur ich glaube fünf tage das so sammeln konnte wie viele die das ganze was sagt zum ganzen spielt ihr ein anderes team alles gerne mal in die kommentare wer nichts verpasst mir gerne kostenlos youtube abo dalassen däumchen nach oben freue ich mich bruder faust geht raus bis zum nächsten mal und ja